Salve a tutti! Es ist Freitag, der 30. August, Monatsende. Wir haben 17.51 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen Clip, weil Sie was über den DAX wissen wollen. Zunächst mal vielen herzlichen Dank für das wirklich extrem umfangreiche, positive Feedback. Was ich für das Webinar zusammen mit Simon Betschinger am Mittwoch bekommen habe, das hat richtig Spaß gemacht. Also das ganze Webinar hat uns Simon und mir großen Spaß gemacht. Ich bin auch gerne nach Reutling runtergefahren und wir nehmen die konstruktive Kritik absolut ernst. Wir werden das eine oder andere einbauen, umbauen, optimieren und das ganze Ding schreit nach Wiederholung. Also uns hat so viel Spaß gemacht und ich muss deswegen auch nicht immer nach Reutling runterfahren. Also da kommt ein bisschen mehr, wahrscheinlich im Turnus von vier, fünf, sechs Wochen, irgendwie sowas. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube einfach mal eingeben, TraderFox, da sehen Sie einen grinsenden Simon Betschinger und einen ebenfalls grinsenden Christian Schlegel als Bild. Da haben Sie das dann, das Webinar vom Mittwoch. So, Monatsende, dem folgt Monatsanfang, September. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal wieder, oder ich fange mit den Monaten an und vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Monat. Und tatsächlich hat der DAX das erste Mal als das Attribut seit langer Zeit, dass er als überkauft gilt. Wir sind über der 82, er gilt über den Oszernator als überkauft. Das ist erstmal gar nichts Negatives. Das ist der hier immer mal wieder gewesen und dann blieb der DAX monatelang im überkauften Stadium. Also das ist aber einfach nur mal so das Astribut, das hat er jetzt, damit kann er machen, was er will. Ansonsten kann ich jetzt hier von dem Monatschart gar nicht so viel sehen. Der kommt also hier aus 2007. Insgesamt ist das alles grundsätzlich in Ordnung. Gehen wir mal auf die Woche, die sieht nämlich ganz anders aus. Die Woche kann man verschiedene Sachen gleich beobachten. Die Gleitendurchschnitt drehen nach unten, das ist natürlich nicht so schön. Dieser Bereich von 12.100, den werden wir auch gleich im Tag nochmal sehen, da liegt jetzt die 20-Wochen-Linie. Das wäre also die klassische Korrektur, wir gehen runter und steigen dann nur bis zur 20-Wochen-Linie. Das gibt es ganz häufig, hier sind wir hoch, sind wir auch mal dran. Das gibt es ganz häufig. Dieser Bereich von 12.100, der wird uns noch ein bisschen begleiten. Die Bänder sind völlig normal, ohne, sagen wir mal, neues Signal, gar nichts. Was schön war, ist dieser Hammer hier. Raus aus dem Band und in der Woche gleich wieder rein ins Band. Das ist grundsätzlich recht positiv. Wir haben die 200-Wochen-Linie unterboten, benutzen sie momentan ein bisschen als Sprungbrett. Und was sehr schön ist, das MACD stabilisiert sich und der Oszillator gibt sogar ein frisches Kaufsignal. Also die Woche sieht gar nicht so gut aus. Wäre das ein Tageschart oder ein 10-Minuten-Chart, müsste ich die Küste kaufen. Gucken wir mal auf den Tag, dass wir es weiter runterbrechen. Das Vorblatt, was ich von dem letzten Film am Donnerstag, den habe ich also hier gemacht hatte, da habe ich dem Titel gegeben, 11.850, konnten wir sehen. Die wird jetzt zur Make-or-Break-Line. Unterstützung bei 11.562. Dann sind wir hier runtergegangen, dann am, was war der, das war Dienstag, Montag, auf 11.551. Ich bin also zufrieden mit der Analyse der letzten Woche, überhaupt keine Frage. Und wir haben mit heute diese Make-or-Break-Line nach oben gebrochen. 11.850 war hier etliche Male gesehen, das war ein fettes Teil. Meines Erachtens nach konnte man das nicht während des Tages brechen, das musste mehr oder weniger über Nacht passieren. Weil während des Tages sammeln sich dann doch hier schon so viele Orders, dass es für einen Käufer fast unmöglich ist, da rauszukommen. Der muss auf einen frischen Moment warten und das war halt dann heute Morgen der Fall. Erster Punkt, jetzt werden einige sagen, guck mal hier, das ist ein Shootingstar. Für mich ist der Körper zu groß, als dass das ein Shootingstar ist. Nur weil der dort hier ordentlich rausgeht, mir reicht es nicht. Da müsste der Körper kleiner sein, wir müssten hier irgendwo geschlossen haben, so unter der 11.900. Ja, es hat die Form, aber meines Erachtens nach ist es keiner. Ich habe hier verschiedene Marken im Chart, die recht wichtig sind. Zum einen, das sieht man jetzt hier nicht über die Linien, das sogenannte 76er-Retracement von Fibonacci. Das ist hier das 38er, 50er, 61er und das 76er, das liegt hier oben bei 11.285. Das wäre die Kür, wenn er mag, das schaffen würde. Dann würden wir nämlich auch relativ gut oder relativ nah an diesem Gap hier liegen. Das ist vom 1.8. bei 12.245. Das muss auch nochmal irgendwann geschlossen werden. Aber nicht zwangsläufig jetzt. Wichtiger erscheint mir diese Linie hier, das ist das 61,8er-Retracement von dieser Bewegung hier, 12.088. Ich hatte eben gesagt, beim Wochenchart, 10 und 20 Wochenlinien liegen in dem Bereich 12.100. Also das scheint für mich schon ein, das ist Pflicht meiner Meinung nach, Pflicht für den Darkstar hinzugehen. Aber das bricht, ist eine andere Geschichte. Aber das ist, finde ich, schon ein recht wichtiger Punkt, rund 12.100. Dann habe ich als Unterstützung hier diese, was ich nannte, Make-or-Break-Line bei 11.850. Gefolgt von der Verbindung aus 20-Tage-Linie und 200-Tage-Linie bei rund 11.670. Die Technik ist über das MACD okay, absolut in Ordnung. Die Storastik gilt zwar auch hier als überkauft, aber hat nirgendwo den Anschein eines Fallens. Also kein frisches Verkaufssignal, überhaupt nicht. Ich vermute, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wahrscheinlich doch schon am 1.9. dann frisches Geld auch wieder reinkommt in den Markt, dass eben das hier wirklich die Pflicht ist, 12.100 rum zu dem 61,8er beziehungsweise 10 und 20 Wochenlinie auf dem Wochenchart. Das wäre eigentlich schon Pflicht. Und nochmal, die Kür ist dann hier oben. Da sind wir wenigstens beim Gap bei 12.245. Das geht hoch bis 12.285. Also grundsätzlich sieht es kurzfristig für die nächsten zwei, drei Handelstage ganz gut aus. Soweit keine wilden Nachrichten von wo auch immer herkommen. Finde ich es eigentlich recht positiv. Die Arbeit, die er geleistet hat, um das hier zu brechen, ist ordentlich. Also das schafft Vertrauen. Ich habe Ihnen wieder ein paar Scheine mitgebracht, mit denen Sie die Bewegung der kommenden Woche vielleicht ganz gut mitspielen können. Zum einen einen Open-End-Call von Goldman Sachs mit der Basis 11.616. Da sind wir also hier drunter. Ich glaube gar nicht, dass man hier so weit drunter gehen muss unter die 11.600. Unter der 200-Tage-Linie beziehungsweise 20-Tage-Linie scheint mir eine ganz gute Basis zu sein. Das ist die GB12-DT. Open-End-Schein 11.616. Das ist für die Leute, die denken, wir machen vielleicht doch noch ein bisschen mehr als hier das 61,8er und gehen vielleicht noch dann hier oben hin. Beim Put ist es relativ einfach, den zu suchen. Und zwar lege ich den eben hinter diesen Höchstkurs. Und der war ja bei 12.285. Und da habe ich den hier ausgesucht, das ist ein 12.314. Also ebenfalls ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA9WDF. Der liegt also hier noch ein bisschen hinter. Also ich vermute, wie gesagt, das hier ist so mehr oder weniger die Pflicht. Und das hier oben bei 12.245 bis 85 wäre die Kür. Dann allerdings sollte er nicht mehr so viel Kraft haben. Wenn der jetzt für diese Bewegung drei, vier Tage brauchen sollte, verbraucht sich hier auch alles. Vor dem Hintergrund ist das definitiv bei 12.091 ein Widerstand. Und der nächste ist bei 12.245 in dem Bereich 12.285. Und da wäre ich dann durchaus bereit, auch mal wieder auf eine Korrektur, die bis zu 11.850 führen kann, zu spekulieren. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.